so herzlich willkommen zu 100 und jetzt so willkommen zu 101 folge 111 folge so was wir haben vor zu tun ist starten so genau letzte folge hatten wir uns ja zum ende diese rüstung gemacht das heißt wir haben jetzt endlich mal eine rüstung was schon mal ganz schnieke ist bei so welt du kannst mal aus dankeschön so und dann würde ich mal sagen muss man legen also wir haben jetzt soweit bei der hütte da oben haben wir jetzt mittlerweile haben wir jetzt ein bisschen was drinne was mir übrigens gestern noch eingefallen ist was wir machen könnten ist bei unserem lager so eine art sichtfenster auf die mechanik quasi hier war wohl jemand online und ist rumgelaufen so das heißt hier ich habe natürlich keine achse dabei ich habe natürlich keine achse dabei so hat kurz wie die konsales so achst ja wir werden hier und dann auf einmal aufräumen sieht der hier katastrophal aus da wobei die ein bisschen zu schnell ist haben wir noch eine eisenachst wir hatten noch hier noch ein bisschen bisschen material neben uns später ich hoffe ich mache damit jetzt nicht ganz das gesamte lager kaputt dass ich quasi einmal aufklickt und das gesamte lager weg abgebaut das wäre nicht so schön so und jetzt kann man nämlich hier so ein glas reinbauen und könnte von hier aus immer reingucken ohne dass jetzt quasi ja halt wieder eine art debug schnittstelle kann man ja offiziell reingucken ob das so von weiten gut aussieht muss mal gucken vielleicht sollte ich das nicht auch bis weiter gute frage vielleicht ist das mit dem glas zu viel dass es mit dem glas einfach scheiße aussieht wenn ich da jetzt ein fenster mache so kleines fenster ich schon mal ein bisschen was wir können da ein paar sachen ausprobieren weil das glas da schon ein bisschen sehr protzig gute glas scheibe würde genauso wirken mal ganz davon abgesehen vielleicht haben wir noch was von diesen fenster von diesen kleinen glas scheinen die wir hier verbaut haben schon ein bisschen was und kann man ein bisschen rumtesten so also das wäre das das wäre das genau zur not könnten wir noch mit gittern probieren das würde von der optik her am ehesten passen aber dadurch durch die gitter durch die gitter sieht man halt kaum was weswegen das natürlich denn vom funktionswert nicht so gut wäre nicht so geil wäre das heißt wir probieren probieren doch erstmal mit diesem glas dinge an hier so das heißt du kommst noch mal raus stattdessen kommst du jetzt rein doch das sieht doch schon wesentlich angenehmer aus so mal gucken vom weiten ja ja das sieht nicht besser aus das sieht viel viel besser aus so noch mal alle noch mal rein zum verifizieren machen wir noch mal die dinge hier rein auch wenn ich mir kaum noch vorstellen kann dass die auch so gut aussehen nenne nenne wir bleiben definitiv bei den ländern ja so haben wir hier so das heißt ich will nur kurz gucken ob man das hier wirklich dadurch sieht nicht dass da grafikfehler entstehen und die objekte nicht angezeigt werden ok doch wird angezeigt hier kennt man ja durch glas weil durch das wird zum beispiel auch kein wasser angezeigt kann also sein dass man durch glas auch keine objekte sieht obwohl welche lang gehen und selbst nicht sinnfrei wenn man hier keine objekte sieht obwohl das fenster genau dafür da ist um zu gucken ob die objekte sind jetzt habe ich noch fenster eingebaut danke dafür wie viele fenster kann man eigentlich kann man die gar nicht nebeneinander bauen ok are you fucking kidding me warte ok also noch sehe ich alles ok jetzt hat mich mein experimentiergeist gegeistert na das war dumm ok in der richtung wird es nicht blasser in der richtung bleibt es einfach direkt so in der richtung entgegen wird der alltag ist so useless äh ne jetzt wisst ihr was ich meine wenn man so durch guckt funktionieren die fenster quasi in der art dass die fenster das machen was sie sollen jedes mal wird es etwas blasser aber in die andere richtung verschwinden die fenster einfach die werden die einfach gar nicht gerendert und dementsprechend wird es auch nicht so milchig ja genau das was ich meinte und deswegen habe ich halt sicher dass er erstmal geguckt auf wirklich funktioniert nicht damit genau sowas passiert nice aber gut hier funktioniert es jetzt so von daher hoffe ich mal es bleibt doch so sehr schön jetzt habe ich natürlich meine ganzen das war doch meine nahrung egal wer braucht schon nahrung ich glaube hier ein paar äpfel easy apropos äpfel wir können auch mal wieder unsere schweine und zu züchten sooo doch bevor wir zu den schweinen gehen würde ich persönlich erstmal ähm wir uns wieder neue nahrung beschaffen hier und dann würde ich gerne so kleinen feldweg bauen und ich hatte ja gesagt äh da so luftlinie weil sie den weg als luftlinie weiterbauen als naja eine Art Feldweg halt dürfte geil kommen boink die frage ist halt machen wir den weg wirklich aus gravel oder nutzen wir da was anderes als keys gravel oder wie auch immer man das nennt euch geht es allen gut? auf welche beschwerden? ne? gut und dann gucken wir mal ähm die gläser kann jetzt mal wieder zurück das heißt du kommst nach da du kommst nach da du kommst nach da du kommst nach da und das glasblock haben wir um rein aber auch das habe ich jetzt gemacht ich bin bescheid ähm ach komm 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 ähm ähm what is Bittestum oder so? Ach, genau. Feldweg. Ey, Kurzzeitgedächtnis meldet sich mal wieder zurück hier. Easy. Gravel ist komplett im Lager. Dann sprinten wir doch nochmal hin. Weil, wenn wir jetzt erstmal hier aber unser gesamtes Korn abbauen, also nur das normale Korn, weil wir davon halt ein extrem Defizit haben, dann können wir jetzt allerlei schöne Gerichte machen. So. Wie weit ist das Feld da vorne? Loll, ist ja auch fertig. Ja, da muss ich gestern hier nicht nur einer rumgerannt sein. Alle Felder sind komplett fertig, oder? Ja. Sieht so aus. Nice. Dann können wir endlich mal die Tierzüchtung ernsthaft in Angriff nehmen. Weil, wie gesagt, wir haben halt mehrere Tiere, die halt alle Stroh essen. Und da sollte man dann auch Stroh in der Hand haben, also in der Tasche haben. Ich hoffe, mit dem Audio passt alles. Beziehungsweise nicht mit dem Audio, sondern mit dem Video, dass es halt flüssig läuft. Ich habe gestern mal in die Aufnahmen reingeguckt. Die Aufnahmen, die wir gestern gemacht haben, also die, die ihr vorgestern und gestern gelebt habt, die waren wieder perfekt, so wie es sein soll. Die Frage ist, ob es heute genauso perfekt ist. So. Oh, ich habe da vorne gar nicht die Samen wieder eingepflanzt. Kann das sein? Upsidi. 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 nichts spannenderes auf der Welt. So, perfekt. Dann pflanze ich das da vorne auch nochmal ein. Jetzt esse ich hier die ganzen Äpfel auf, obwohl wir auch für die Schweine brauchen. So, wir haben noch 18, 22 Sepp, 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 Sepp. Ob das für die Küken reicht? Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir mittlerweile schön viel Heu. Das passt. So, nehmen wir bald noch Äpfel. Wo ich gerade die letzte Sack gegessen habe. Ja, wir haben 200 Äpfel. Mal gucken. Ist jetzt nicht unbedingt so viel, wenn man mal bedenkt, bei den anderen Sachen hier haben wir jeweils fast 500. Ich mache mal eine kleine Apfeltour. Und dann machen wir auch gleich mal den Weg. Ich packe mich erstmal hier runter. So. 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 Apfel, na, an die komme ich nicht ran, schade eigentlich, da würde ich mal sagen, dann baue ich am besten, wie gesagt, ich will jetzt diesen kleinen Schleichweg da bauen, diese Luftlinie da, und dann kann ich in dem Zug auch gleich mal einen Schleichweg hier in die Richtung dieser Insel, also in die Richtung dieser Insel hier bauen, und dann keine Brücke noch bauen, dass das Ganze ein bisschen befestigter wirkt. Die beiden Inseln sind relativ nah beieinander, von daher bietet es sich einfach an. Können wir mal rüberlaufen, ohne durchs Wasser zu müssen, ist doch auch geil. So, wunderschöne rote Äpfel, das hat Schneffittchen auch gesagt, bei was Schneffittchen, nein, das war, äh, doch, doch, so war Schneffittchen, die Tante, die mit sieben Typen gleichzeitig geschlafen hat, I don't know what I mean, so, okay, 29 Äpfel, sieht erstmal gut aus, hier sind hier hinten sind auch noch ein paar, oh, was Küken, scheint echt auch so zu funktionieren, ohne dass wir Protekte, also ohne dass ich die Feature Protekte, ich meine, wie gesagt, ne, ich habe das extraktiviert mit, dass die Tiere halt nicht die spawnen, aber, äh, wer sich in die Folge zurück ändern kann, wo wir die Dinge gebaut haben, ne, mit der einen Cuda, die wir erst gesehen haben, und dann war die weg, komplett, spurlos, verschwunden, und 30 Folge später kommt mir wieder her, äh, wieder, aber gut, ist das eine andere Sache. Ähm, ja, das heißt, Tiere, weiß nicht, ob die tatsächlich auch, wenn das mit dem D-Spawn deaktiviert ist, trotzdem D-Spawn, oder ob das in dem Moment einfach nur, keine Ahnung, ob sich die Kuh da irgendwo versteckt hat, oder, pff, da hat sich die Kuh nur für die Datensätze versteckt. Ach, ja, eine schöne Abfüttur. Schaut, dann müssen wir auch mal überlegen, ob wir irgendwann mal wirklich in so eine Höhle, also nur unsere Höhle, nach unten erweitern, ob wir dort tatsächlich noch mal ein bisschen weiter Vorstoß nach unten, wegen in Bezug auf, äh, solche Sachen wie Sulfat, die Sache ist, ich weiß nicht, ob wir sowas wie Sulfat brauchen werden, jetzt in näherer Zukunft, weil das wieder frühestens dann was bringen wird, mit der, äh, Technics Mod anfangen, und da wäre halt die Frage, äh, was wir mit der anfangen wollen, weil eigentlich, so, ne, das, was so im Let's Play interessant wäre, also so wie Straßenbeleuchtung und so, was alles ist, dass, da reicht halt die Mesecon Mod voll aus, und die braucht zum Beispiel keine Batterien, und Sulfat braucht halt nur für Batterien, also, nicht nur, aber vor allen Dingen dafür halt, ob man so eine schöne Sache braucht, keine Ahnung, äh, ja, von da her, Gott, hier sind aber viele Äpfel, war das schon immer so, das hört ja gar nicht «Such auf.» «Äpfel, so weit das Auge reicht, ist ja, ein Paradies hier!» «Äpfel, so weit das Auge reicht, ist ja, ein Paradies hier!» So, dann haben wir mittlerweile wieder 300 Äpfel, ähm, warum fliegt nie alles? Was ist denn hier los? Okay, lieber nicht weiter nachfragen, das ist wahrscheinlich eine sexuell orientierte Sekte, die treiben sich dann immer unter diesen Baumstämmen da, unter diesen Dingern. Und schon haben wir den zweiten Stack, yay! Gut, dann gehen wir mal langsam wieder Richtung Heimat, oder für mehr Richtung Gehege, dann können wir die Fischer gleich mal füttern, und zwar wieder so lange, bis sie sich glücklich gefüttert haben und mit vollem Bauch erstmal, äh, ja, der sexuell orientierten Sekte beitreten. Ähm, ähm, ähm. Dann dreimal die Tiere ist quasi nicht mehr auf dem Feld, sondern unter Baumstämmen. Ist doch auch mal eine geile Sache. So, ab nach Hause. Die ersten Äpfel, äh, respon schon wieder. Nice. Das halt das Schöne bei RNG, dass, äh, ne, die Zeit halt zufällig berechnet wird, also berechnet, also zufällig bestimmt wird. Klar, der Zufall wird natürlich auch berechnet. Ist ja kein echter Zufall hier, sondern, jetzt ist ja eine Rauschfunktion. Also wieder Zufall quasi berechnet. Klingt dumm, ist aber so. Ähm, aber, ja. Das sind Details. Auf der Seite, äh, auf der Seite hier sind auch noch ganz viele Äpfel. Hoch, so viele Äpfel? Jetzt rennen da ein paar Tiere rum, ist ja süß. Dann eine Kuh, dann ein Schwein. So. Dann laden wir die mal zum Picknick ein. Ach was, ich mach das einfach mit meiner Rehbogen karrieren. So, die Crew. Der ist da. Warum hat die coole Sterbe-Animation die anderen Fiecher aber nicht? Das macht halt so gar keinen Sinn. So. Dann klopfen wir hier noch die Beeren aus dem Gebüsch. So. Dann ziehen wir die Beeren aus dem Gebüsch illness. so dann beginnt wir mal mit der fettarbeit so die küken die enten die mitkommst du so wirst denn wo ist dein art genosse beziehungsweise nein es ist nicht aus dem ficken reichs aus kommt mit körper naja was der andere da hinten wieder du mitkommst du mitkommst oder der tappen eingelegt so das ist wieder die natur der natur ist es schickt er müsste schicken geht oder das müssen schicken das heißt du gehst direkt vor deiner frau fremden ob sie das gemacht wird oh mein gott hast du das hast du das gesehen was er gerade getan ja genau hier trau ihn mal bitte nein nicht direkt von hinten nehmen oh mein gott jetzt trefft sie es mit beiden okay dann gehen wir mal lieber weg das möchte ich jetzt nicht sehen so hier haben wir auch alle drei schafe an einem fleck okay ich dachte das vermisst es ich sag dazu nichts mehr so wo ist denn mr pick so dass mr pick wo ist das miss ist wo ist mr pick na komm jetzt mal her jetzt renne ich rum meine jüte mr pick der post das müssen schicken dann trotz mal an dir was los mit dir kommst du jetzt du auch so und jetzt noch die kühe du auch perfekt das einzige was ich finde ist dass das schwein die ist immer noch im liebeswahn siehst du ich sollte vielleicht mal das Ding hier entfernen damit da keine Tiere rüberjumpen können siehst du vielleicht ist das Schwein was wir jetzt umgebracht haben weil das was wir hier vor gezüchtet hatten das wäre natürlich ein bisschen nicht so schön okay mehr Häufchen in Saundernähe gibt es nicht von daher können wir jetzt beruhigt hier von dann gehen so dann machen wir uns mal auf zum Lager wir brauchen Kies Kies Kneter Money dann mache ich hier gleich noch mal so Rolle fahrs mal raus ich würde sagen wir machen einfach mal Pause folgende Pause ist ganz gut da kann man Pause machen von der Folge und wir sehen uns in der nächste Folge wieder Tschüss